Wenn ihr da noch einige Tänzerinnen und Tänzer jeden Wochen an Festivitäten seht, dann ist der Hadron bei uns. Weil sie dann wahrscheinlich nicht Amborischen so tanzen, wie sie alle kommen, sondern eben in dieser Art und Weise, wie wir sie jetzt versuchen werden. Der Tanz heißt Tölle Steppen. Wir werden eben noch Amborischen, nach einer ganz bekannten Melodie versuchen zu tanzen. ... Applaus Applaus